Warum stehen wir uns oft selbst im Weg, wenn wir was erreichen möchten und wie lösen wir innere Blockaden? Darüber spreche ich jetzt mit Autorin und Coach Tanja Mazurek. Schön, dass du da bist, Tanja. Freut mich. Hallo, lieber Marcel. Vielen Dank für die Einladung. Du schaust bei Menschen, was sie blockiert und wie sie diese Blockaden wieder wegkriegen. Wie machst du das genau? Genau. Also wenn jemand zu mir kommt, um sich zum Beispiel eine Zeit lang begleiten zu lassen, dann derjenige, der zu mir kommt, der weiß ja den Weg allein eigentlich. Ich bin quasi so der Wegführer durch seine Psyche, kann man sagen. Und mit den Tools, mit denen ich arbeite, ist also Lösung relativ schnell möglich. Also das sind oft wirklich Prozesse von zwei, drei Sitzungen. Es kommt immer darauf an, worum es genau geht. Ob das jetzt so normale Themen sind wie Abnehmen oder was auch immer, Rauchen aufhören oder irgendwas. Oder ob es wirklich um eine etwas längere Begleitung geht, drei Monate oder so. Aber da passieren magische Dinge. Ich staune immer wieder, ich bin so dankbar, wenn ich die Veränderung sehe bei meinen Klientinnen und Klienten, wie schnell das gehen kann. Weil die meisten sagen, es ist ein Prozess, muss aber nicht sein. Das kann mitunter wirklich so schnell gehen. Warum kommen so innere Blockaden auch auf? Oder was sind denn da so die größten Blockaden, die da bei Menschen, die du beobachtest? Ich denke, es sind viele Selbstwertthemen grundsätzlich. Die haben wir ja, die meisten von uns. Denn wer wird schon geboren in eine Familie, wo man ständig nur unterstützt wird? Und dann sind es aber auch tatsächlich Themen aus unserer Ahnenreihe, also von unseren Vorfahren. Also die Wissenschaft der Epigenetik weiß das ja, dass wir nicht nur die blauen Augen erben oder sonstige körperliche Merkmale, sondern auch Themen. Also bis hin zu Mustern, Programmierungen, bis hin zu Traumata. Ganz, ganz spannendes Thema. Und das nehme ich auch mit an Bord. Das ist ganz, ganz spannend. Kann ich das auch wieder auflösen? Ja, natürlich. Ja, klar. Deswegen geht es ja so schnell. Und wenn wir uns da selber im Weg stehen und Erfolg auf allen Ebenen, also sprich überall im Leben, nicht nur beruflich, sondern auch jetzt privat, Partnersuche oder was auch immer, da passieren Lösungen, wenn ich jetzt Geschichten, also länger Zeit hätte, könnte ich dir jetzt Geschichten erzählen von meinen Klientinnen, wo es wirklich dann mitunter so schnell geht. Und ja, gerade noch Männerthemen, eine meiner Klientinnen, und plötzlich nach sieben Sessions sagt sie mir, sie fühlt sich wie verliebt. Und ich sage, gibt es wen? Und sie sagt, nee, aber sie fühlt sich so verliebt. Und naja, kurz später war er dann da, in denen sie sich dann wirklich verliebt hat. Oder ein anderer, ein Mann, Hannes, der kam im November 22 zu mir und jetzt im Mai 23 hat er geheiratet. Also ich kann mir die Liebe auch herbei wünschen. Natürlich. Das funktioniert. Ja, sicher. Schreibst du ja auch in deinem aktuellen Buch. Ja. Und ich glaube, in Liebesthemen gibt es eigentlich immer so die meisten Blockaden, oder? Ich denke nicht nur in Liebesthemen. Nein, ich glaube, das hängt alles irgendwie zusammen. Das beobachte ich auch. Also wenn zum Beispiel, wie bei Lisa, von der ich vorher erzählt habe, wenn sich da ein Thema löst, und das ist jetzt im Liebesbereich, dann passiert es wirklich oft, dass sich ganz, ganz viele Themen mitlösen. In anderen Bereichen. Auf einmal kommt der Erfolg, auf einmal kommt das Geld. Das hängt alles irgendwie zusammen. Und wenn dieses große Selbstwertthema oder die Muster, die dann eben in uns wirken, wie zum Beispiel, ja, alle Männer sind, alle Frauen sind, oder was auch immer, oder ich habe es nicht verdient, oder ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Das sind einfach Muster und wir müssen uns immer hinterfragen, stimmt das eigentlich, was ich mir jeden Tag da selber erzähle, ja? Das ist die Kommunikation mit uns selbst. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Ich glaube, auch darauf kommt es ganz stark an, weil wir sind ja mit uns selbst mitunter immer sehr streng. Sehr. Sehr streng und wir erlauben uns nichts und wir sagen, das können wir nicht und das dürfen wir nicht und das machen wir nicht. Und ich glaube, da liegen auch die meisten Blockaden, wo wir uns dann im Weg stehen, oder? Ja, genau, vor allem, wir bemerken es ja gar nicht. Ja, das ist so ein Self-Talk in uns und wir bemerken das gar nicht. Und der erste Schritt ist natürlich einfach mal achtsam zu sein, vielleicht auch den Freunden zu sagen, du, achte mal drauf, wie ich spreche und wenn ich wieder irgend so etwas sage, dann sag es mir bitte, dann kann ich damit aufhören, ja, sich das selbst bewusst zu machen, was glaube ich einfach eigentlich vom Leben, ja. Wie lange brauchst du, dass du draufkommst, wo die Blockade bei mir liegt? Das kommt ganz drauf an. Jeder Mensch ist ein Individuum und insofern kann ich nur sagen, meistens relativ schnell, beziehungsweise, wie ich anfangs schon sagte, der Klient, die Klientin weiß selber den Weg, ja. Ich bin Wegweiser, ich bin Katalysator und habe halt die Tools dazu, wie eben zum Beispiel auch mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten und das an die Seite zu ziehen, sodass die Blockaden einfach nicht mehr wirken, weil unser Unterbewusstsein ist so mächtig, ja. Also das ist eigentlich der Driver unseres Autos, nicht wir selbst, nicht unser kognitiver Verstand, sondern unser Unterbewusstsein. Und wenn wir das an Bord holen, ja, mit Trancearbeit zum Beispiel, mit Hypnose, dann verändern sich die Dinge. Wir verändern uns und nachdem wir uns verändern, verändert sich unsere Realität, unser Außen. So schnell kann es dann gehen. Wenn Sie sich schwer tun, Blockaden zu lösen oder wenn Sie wissen, da ist mir irgendwas im Weg zu meinem Erfolg, dann lassen Sie sich von dieser Frau coachen, bitteschön. Tanja Mazurek, wie erreicht man dich am besten? Am besten über meine Homepage www.tanja-mazurek.de oder komm, bei beiden landet man bei mir, wie auch immer. Ist auch eingeblendet. Genau, und da ist natürlich jede Info zu finden, die man braucht und man kann sich einfach mal ein bisschen umschauen. Und wenn es einen zieht, ich freue mich. Kurz einen Kontakt aufnehmen. Auf alle Fälle. Tanja, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Danke dir. Lieber Marcel, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.